Zentraler Aspekt unserer Denkweise ist die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Deren Problemstellung gibt uns die Richtung vor. Hier ist es besonders wichtig, dass die Führungsschienen sehr parallel sind. Wir können Fehler ausgleichen, aber nicht in der Parallelität. Wenn wir da Verwindungen reinbekommen, dann haben wir den Fehler nachher in der Maschinengeometrie. Und die Heller-Maschine steht für höchste Qualität, für höchste Genauigkeit und somit können wir das hier überhaupt nicht gebrauchen. Der Anspruch an Geradheit, Rechtwinklichkeit, Neigung, Parallelität und Ebenheit steigt ständig. Aber auch der Wunsch nach Komfort. Die Messdaten übermitteln wir mittels Bluetooth an unserem PC, wo wir die Daten abspeichern, ein Messprotokoll erstellen, das dann im ganzen Betrieb auch bei unseren Töchtern zur Verfügung steht. Die leichte Bedienbarkeit steht bei den Wünschen für die praktische Anwendung im Vordergrund. Mit unseren Entwicklungen setzen wir auch dort Maßstäbe. Das ist ein Sondermessmittel, das heißt wir haben Bauteile von der Standard-Neigungsmessgerät von Wühler verwendet und dann in Zusammenarbeit mit Wühler diese Sondermessmittel kreiert. Dieses hohe Maß an Kundenorientierung ist der Grund dafür, dass wir uns zunehmend vom Produktlieferant zum nutzenorientierten Problemlöser entwickeln konnten. Unsere Kunden schätzen das. Schon heute sind wir kompetente Anbieter von Gesamtlösungen, was wir in Zukunft weiter verstärken werden. Die Firma Wühler ist meinem Kenntnisstand nach die einzige Firma, die uns solch ein Sondermessmittel liefern kann. Präzision ist halt unsere Leidenschaft. einfach mal auf der Eindureau von Gesamtlösungen, die wir in Zukunft kennenlösungen, sondern wir haben auch eine kreuzige Antwort. Wir haben diese Dimurtstag, wie ich heute so weiter آپ und ich bin Muhrer verbrechtet, dass uns die über die Welt der Welt der Welt un surecrit간. Das ist die ganze Zeit unter andau mehr tietet. Dass wir die Welt gelangen haben, wir die Teil des UrimsС-Lösungen machen. Wir haben uns jetzt hier embaixo nachithmД Bhagav tart,